Spät ihr Lieben, aber glücklich und beseelt vom Wunschkonzert am Samstagabend im Tompolstheater in Pirna. Deshalb natürlich so spät. Man braucht es immer lange, bis ich zur Ruhe komme. Und es gibt ein Lied aus dieser Wunschkonzert-Ausgabe. Nicht gesungen. Dazu ist es jetzt zu spät. Aber der Text ist so schön. Manfred Krug hat seinerzeit das Lied gesungen. Günter Fischer hat das musikalische Arrangement gemacht. Also großartig. Und das Lied heißt, wenn ich dich sehe. Und es geht so. Wenn dich das kümmert oder nicht, das ist mal so. Wenn ich dich sehe, dann wird dich wach und schon dein feines kleines Lächeln. Macht mich schwach. Und ach, ich weiß nicht, ob du das kapierst. Es wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Ja, es wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Wenn ich dich sehe, dann habe ich Mut. Dann kann ich ganz kaputt sein. Dann wird alles gut, wenn du mich küsst. Nur nebenbei. Dann drehe ich auf und sag dem grauen Tag Bye Bye. Als wär die ganze Welt im Augenblick nicht so ein Jammertal, als wär sie voll von Glück. Nicht so ein Jammertal, als wär sie voll von Glück. Wenn ich dich seh. Wenn ich dich seh. Es war wirklich schön. Und es ist irgendwie ein schöner Ort für das Wunschkonzert. Also, mal sehen, ob es noch eins gibt. Und dann versuche ich auch hier, Werbung zu machen dafür. Natürlich. Schlaft einfach schön weiter. Wenn ihr es später angehört habt, dann könnt ihr ja noch wach bleiben. Sonntag ist schon, aber da gibt es bestimmt einen Brecht. Also, bis dahin. Ciao.